Tag 8 meines wunderbaren Freundschafts-Reise-Tagebuches. Heute sind wir zu Fokus einkaufen gegangen. Ich, Jakob und Ihren, war wundervoll. Willkommen in der nächsten Zonung, in dem wir haben Twizzlers. Guten! Das war Kritz? Schmeckt ein bisschen nach 2-Zone. 1 von 10. 0 von 10. 2 von 10. 1 von 10. Schuhsohle. So schmeckt es halt wirklich. Meiß mal rein. Schau, ob das nicht schmeckt. Schuhsohle. Mein Schuh schmeckt besser. Wir sind zur Opening-Ceremonie gegangen. Dieses Jahr markt das 40. Anniversary des sehr ersten Unicon. Es wurde in Syracuse, New York in 1984. 40 Jahre. Der Stamm von Bemidji hat da irgendwas gemacht. Der Stamm von Bemidji hat da irgendwas gemacht. Das Unicycle Einhorn hat da eine Schau gemacht für uns. Und das Unicycle Einhorn hat den Weltrekord im höchsten Einhorn fahren versucht. Und hat den aber nicht geschafft. Und danach sind wir die Parade gelaufen. Die etwas kacke war, weil die einfach auf dem Gehweg war. Aber die gingen halt bis zu dem Wahrzeichen sozusagen von Bemidji. Das war's für heute mit dem Freund des Reisetagebuches. Bis morgen. Bis morgen.